Hey Junk, darf ich mit euch spielen? Was ist denn los? Am ersten, du darfst hier nicht fahren. Am zweiten, nein, wir haben gleich das Spiel. Du musst von hier gehen. Tschüss. Tschüss. Ich habe etwas vergessen zu sagen. Viel Spaß beim Spiel und viel Glück. Bis zum nächsten Mal.